Willkommen zu Frequent Traveller TV. Heute wieder eine frisch gepresste Folge für euch hier live aus der Villa Premium Deluxe. Die Themen, die ich für euch frisch gepresst habe, sind zum Beispiel Lufthansa Hauptversammlung. Da gab es noch ein paar andere Themen als gestern angesprochen. Sozialpartnerschaft. Wir hatten einige interessante Geschichten. Einmal die 380er von Global Airlines ist Wheels Down aus USA nach Schottland geflogen. Also Europa quasi. Dann haben wir eine spektakuläre Landung von FedEx in Istanbul, wo das Bugfahrwerk nicht rausgekommen ist. Auch interessant. Dann haben wir Condor-Hilfen. Die sind so, wie sie genehmigt worden sind, nicht zu genehmigen gewesen. Die EU hat reagiert. Wir haben dann Erlingus. Da hat das Personal ein bisschen Pech gehabt. Da ist es nicht so gelaufen wie bei der Austrian. Der A321XLR geht nach Spanien. Der erste, erstes Lieferung. Wir haben dann noch das Thema Lufthansa Onboard Delights. Die haben Geburtstag und die haben eine Überraschung für euch. Also, bleibt dran. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen. Aber auch ganz, ganz wichtig, Kanalmitgliedschaft, Stammtische. Also, geht direkt hier mit dem ersten Teil für euch los. Und zwar die Lufthansa Hauptveranstaltung, wollte ich schon sagen. Und da ist es so, dass es da für den Lufthansa-Kurs eine Art von Zustimmung gab. Es gab von der Sparkasse, also von der Deka-Seite, das ist ja dieser Investmentbereich der Sparkasse, nicht Dekra. Das sind die anderen mit dem TÜV. Da ist es so gewesen, dass man nicht ganz happy war mit dem Umbau. Und zwar, die haben gesagt, dass der Vorstand so umgebaut worden ist, wie er umgebaut worden ist, ist irgendwie so, wenn vier Leute gehen, ein Problem. Und das Zitat ist Ingo Speich von der Sparkassen-Investment-Gesellschaft, der sagte, dass auf einen Schlag gleich vier Vorstände von Bord gehen, hat bei uns für große Verwunderung gesorgt. Das Beben im Vorstand hatte auch den Aktienkurs erschüttert. Und er besauert besonders, dass der Finanzer Remco Steenbergen zu Sanders gegangen ist. Also, insofern ist man da nicht ganz happy, was da passiert ist. Gut, der Klei hat darauf geantwortet, hat gesagt, ja, das ist jetzt nicht so die hastige Nummer gewesen. Das war jetzt, weil zwei Verträge ausgelaufen sind. Remco wollte gehen. Von Christina Förster hat er gar nicht gesprochen. Also war es da jetzt nicht ganz so easy peasy, dass sie gegangen ist. Und er sagt, man hätte die Personalien ruhig und bedacht entschieden. Also nicht er jetzt in Person, aber ihr wisst ja, der Aufsichtsrat. Und in seiner weiteren Einlassung ist es halt wirklich so, dass man wirklich sagt, dass er auch nochmal auf diese Personalquerelen eingegangen ist. In seinen Augen waren es Personalquerelen. Finde ich jetzt auch interessant. Aber da gibt es einen Aspekt, den man vielleicht hervorrufen sollte. Und zwar, der Aspekt ist ja auch Net Promoter Score, also die Zufriedenheit. Und da muss man sich wirklich anschauen, ist es wirklich so, dass die Kunden mit Lufthansa so zufrieden sind, denn wer ein NPS von 27 oder was war hat, da ist, das ist Katastrophe. Aber dadurch, dass die Boni davon abhängen, erklärt es natürlich auch, warum Christina Förster gegangen worden ist. Weil sie war ja gerade für die Kundenzufriedenheit zuständig. Und damit ist es dann halt ein Thema, dass die Freunde von, ich muss gerade das Mikrofon gucken, dass das auch alles ordentlich ist. Also auf jeden Fall, dass Christina Förster gegangen ist, ist vielleicht auch der NPS 27 schuld. Und der Vorstand kriegt halt nur Boni, wenn alle happy und glücklich sind und beim NPS auch da das Ziel von 50 erreicht wird. Oder hat man das wieder weiter reduziert? Ich habe den Überblick verloren. Aber nichtsdestotrotz, das ist vielleicht der Grund dafür. Also hier nochmal schauen. Zustimmung 73,21 Prozent am Dienstag in Frankfurt für den Bericht zur Vorstandsvergütung. Gibt da also dann nochmal das Platzet. 30 Cent pro Aktie gibt es Dividende. Und die vier vorherigen Geschäftsjahre waren die Eigentümer während der Kohlebelastung nämlich leer ausgegangen. Also da gibt es wieder Geld. Auch hier wieder von mir keine Aktienbewertung oder Empfehlung. Aber ihr wisst an dieser Stelle, was bei der Jahreshauptversammlung passiert ist. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt, was ihr dazu denkt und wie ihr mit dem Thema umgeht. Wie ihr mit dem Thema Onboard Delight umgeht, das ist ja sehr unterschiedlich. Und Lufthansa feiert jetzt drei Jahre Onboard Delight Hochgenuss. Lasst mich euch das Ganze nochmal auf die Augen bringen. Und zwar Onboard Delight. Jetzt, wo haben wir es? Da muss ich den Link einmal rüber kopieren. Und das machen wir dann auch. Und dann gebe ich euch den Bildschirm. Da seht ihr es. Die Onboard Delights Hochgenuss. Wir können es kaum erwarten, in die Geschmackswelt unserer Onboard Delights zu präsentieren. Aber das Spannende auf der Geschichte ist halt, es gibt jetzt 10 Prozent. Man feiert im Mai. Jubiläum Onboard Delights wird drei Jahre alt. Und man schenkt uns 10 Prozent auf frische Produkte, auf Wraps, auf Sandwiches, auf Bowls, auf Salate. Best auf Dienen, David-Boxen, Brezeln, leckeren Dahlmeier-Kuchen. Genießen Sie das Geburtstags-Spezial auf Flügen im Mai. Sparen Sie direkt an Bord und weiter bei der Vorbestellung. Wichtig ist, das sind halt Flüge über 60 Minuten. Hier seht ihr es, über 60 Minuten. Und mit einer Flugzeit bis 30 Minuten gibt es die Schoki. Und wenn man etwas länger unterwegs ist, bis 60 Minuten erhält man außerdem eine kostenlose Flasche Wasser. Tada! Ihr könnt natürlich auch das Ganze vorbestellen. Onboard. Hier seht ihr, wie es funktioniert. Und da könnt ihr gucken. Onboard Delights sind da bei der Lufthansa. Da könnt ihr buchen, Kurt. So geht es. Da gibt es auch die 10% als Rabatt. Also, da könnt ihr jetzt richtig knarrt euren Geschmacksknospen bombardieren mit Lufthansa Onboard Delights. Und ihr habt natürlich von mir direkt die Frage des Tages. Ups, habe ich das verschoben? Ha, da muss ich auch gleich drauf eingehen. Gut, dass wir das hatten. Das war gewollt und nicht gekonnt. Und auf jeden Fall, da könnt ihr jetzt sagen, ob ihr euch mit dem Onboard Delights angefreundet habt und wie euch das Ganze gefällt. Da bin ich mal gespannt, wie eure Kommentare sind, was ihr dazu sagt. Und ja, ob ihr vielleicht Swiss mehr mögt oder aus schöner Anbüttelights als die Lufthansa. Also, schreiben. Gut, dann machen wir noch einen kleinen Einschränker an die Telefonnummer. Ja, ihr wisst ja, ihr könnt mich über WhatsApp kontaktieren. Die alte Nummer funktioniert nicht mehr. In Anführungsstrichen, ihr kommt da zwar noch aus, aber da wird dann vom... Ich poste dann knallhart einfach nur einen Text rein mit der neuen Nummer. Die neue Nummer ist plus 1, also Amerika, dann 323 und dann 80FQT-TV. Heißt also, wenn ihr die Tastatur drückt, seht ihr ja zum Beispiel auf der Tastatur Buchstaben. Und das könnt ihr dann machen. Das sind sogenannte Vanity-Nummern. Und damit wäre das zum Beispiel bei der 80, das F wäre eine 3, dann wäre es eine 7 mit dem Q und dann TTV liegen alle auf der 8. Also ist das eine 37888. Und das ist die neue WhatsApp-Nummer. Wer also mit mir schon im WhatsApp-Kontakt steht, sollte da eine Mitteilung gekriegt haben, gepusht haben, dann kommt ihr nämlich bei mir auf dem Handy aus. Und dann können wir die Themen austauschen. Also hier eine neue Rufnummer und der Einfachheit halber 323 80FQT-TV. Ich finde es lustig. Also, da könnt ihr auch kommentieren, ob ihr die Nummer gut findet. WhatsApp geht immer. Also, geht los. Attacke. Auch die andere Nummer war amerikanisch, aber ich fand die Nummer nicht so schön. Jetzt geht es um das Thema Condor-Hilfen. Und die Condor hat ja eine bewegte Vergangenheit, war ja bei der Hansa da entsprungen, hätte man fast gesagt, wie so ein Küken. Dann ging es weiter und dann ist man ja irgendwann mal da hier bei den Freunden in England, Thomas Cook gelandet. Dann kam Corona, dann gab es da Probleme mit der Knete, dann hat die Regierung Geld gegeben und dann ist es so, dass die Immokommission jetzt ein förmliches Prüfverfahren eingeleitet hat. Warum? Weil Ryanair nicht happy war. Ryanair hat gesagt, nee, nee, das ist Wettbewerbsverzahlung und so weiter. Und jetzt geht es so, das Gericht hat die Genehmigung gekippt und das ist natürlich jetzt nicht unbedingt so ein Thema in der Form, dass man jetzt direkt die Penunzen zurückzahlen muss. Also es kann schon sein, dass man da jetzt ein bisschen mehr Zeit hat, logischerweise, weil mit dem Umstrukturierungsbeihilfe, umstrukturierungsbeihilfe, schweriges deutsches Wort, ist es so, dass man in Form von zwei Abschreibungen hier von 90 und 20,2 Millionen Euro unterstützt. Die Teil des im Oktober 2019 gestarteten Restrukturierungsprogramms von 321,9 Millionen Euro. Also ihr seht, wie viel Geld, damit hat man ja auch eine neue Flotte gekauft, damit hat man ja die 767 und so weiter alles weg, oder 757, alles weg. Und dafür hat man die 330er Neos gekauft und Ryanair hat damit jetzt gewonnen. Dass Condor in diesem Schutzschirmverfahren saniert wurde und man ja auch in 2020 mit den Polen einen Investor hatte, ein Thema. Ja, aber unbedingt nach Ausbruch der Corona-Krise hat der Pole quasi den Schwanz eingezogen und gesagt, wollen wir nicht mehr haben. Die haben ja dann auf Durchzug geschaltet und haben ja auch irgendwie da rumgeklagt und so weiter. Auf jeden Fall ist es so, dass Ryanair dagegen sich gewehrt hat, um dann Konkurrenz aus dem Weg zu bekommen. Und jetzt ist es halt wirklich so, das EU-Gericht hat gesagt, ja, ihr dürft das nicht machen, weil nämlich, und jetzt muss ich auch wieder das zitieren, die Brüsseler Behörde hat nicht ausreichend geprüft, ob Deutschland durch die Beihilfe an dem Wertgewinn beteiligt wurde. Das heißt also, dass man dann, ja, hätte etwas mehr arbeiten müssen daran, ob man da, wie bei der Lufthansa, Penunzen beim Verkauf kriegt. Und das ist halt das, was da nicht gewesen ist. Also keine Angst, das Geld muss nicht direkt zurückgezahlt werden, da ist noch ein bisschen Zeit. Und man kann auch noch mal vor Gericht ziehen und so weiter und so fort. Also das letzte Wort ist da nicht gesprochen. Ich finde es so interessant, dass Ryanair, wenn sie doch so vor Potenz nicht laufen können, dann anfangen die Condor da so ein bisschen zu maltretieren. Ich kann es auf der einen Seite natürlich dann auch wieder verstehen bei Plain-Level-Feeds, weil Ryanair ja auch nicht mag. Aber auf der anderen Seite, ihr könnt ja schreiben, was er dazu denkt. Ich bin mal gespannt auf eure Kommentare. Wir haben hier jetzt noch ein Thema, was auch interessant ist, nämlich 61 Flugzeuge sind von der Airbus ausgeliefert worden. Und zwar im April hat man 61 Flugzeuge ausgeliefert. Nein, die Lufthansa-Maschinen sind schon, glaube ich, vorher ausgeliefert worden. Erneut mehr als 60 Flugzeuge ausgeliefert, insgesamt also 61 Stück, die im März an ihre Kunden abgegeben worden sind. Dann ist das vielleicht die Lufthansa dabei gewesen. Und da ist es so, dass ein Jahresziel, muss man weiter Gas geben, vor allem Attacke machen. Denn 230 Jets sind nur in den ersten vier Monaten ausgeliefert worden. Heißt also, wenn man 800 Flugzeuge machen möchte, dann wäre das mit März, das war okay, 200 Links. Aber ich bin mal gespannt, ob das weiter so geht. Denn im April über 57 Flugzeuge hat man wieder Bestellungen reingeholt. Gut, die Bücher sind voll und die können mehr produzieren, wenn sie die Teile hätten. Aber ich bin mal gespannt, dass man dort die fünf Stornierungen, die reingekommen sind, dadurch natürlich dann sagt, okay, das ist kein Problem. Denn netto sind es über 222 Jets, die in den ersten vier Monaten reingekommen sind. Also hier viel Spaß und was passiert. Und zwei Jets weniger als im März ausgeliefert worden mit 61. Also, findet ihr das gut, findet ihr das schlecht? Ich persönlich mag Airbus. Gut, der Airbus A321XLR, wo ich ja beim Erstflug in Finky dabei war, das ist jetzt mittlerweile auch zwei Jahre her. Da ist es so, dass man, oh, jetzt muss ich meine Maus wieder suchen, da ist sie. Da hatte man auch einen Erstkunden. Und dieser Erstkunde, das sollten die Freunde von AR Lingus sein, wie man so im Irischen sagt. Aber IAG hat gesagt, ihr kriegt nur das Flugzeug, wenn das Ding wirklich profitabel fliegt. Und das war hier nicht der Fall in deren Augen, wenn die Piloten eine Gehaltsforderung haben von 20, wo war es, von 23,88 Prozent. IAG selber hat 12,25 über drei Jahre angeboten. Und die Piloten haben gesagt, nee, machen wir nicht. Und deshalb geht jetzt der erste Flieger zu Iberia, was ich persönlich nachvollziehen kann. Aber das ist genau die gleiche Nummer, die Lufthansa gemacht hat. Die Lufthansa gesagt hat, hier mit der 787, so wie ich das ja auch gestern berichtet hatte, dass der Flieger weiß fliegt, weil man keinen Slot reserviert hat bei der Lackierung für den Rotanteil bei Austria, in Anführungsstrichen. Weil man wollte damit einfach sicherstellen, und das ist halt das, warum die Flugzeuge im Konzern alle so gleich aussehen, alle in Euroweit langweilig und dann halt Rot, Swiss und Austrian sind und dann kommt da halt diese Lufthansa Blau dazu, weil man halt damit einfach das Flugzeug weiß lackiert und dann kann man einfach entscheiden, wann man da hingeht. Und die paar Sitzmöbel da auszutauschen, die Bezüge, das ist ja kein großer Akt mehr dann am Ende des Tages und dann den Geier hinten hinzumachen, anstatt den Swoosh oder wie das da bei Austrian Airlines heißt. Und das ist dann halt bei Aer Lingus ins Auge gegangen. Jetzt sind die Freunde bei Iberia die Erstbetreiber. Und die erforderten Zusicherungen hinsichtlich der Kostenstruktur waren sie nicht bereit zu geben, um für die Investitionen in die Flotte erfolgreiche Erträge zu gewährleisten. Und IAG hat entschieden, dass der Airbus XLR im September 2024 an Aer Lingus ausgeliefert werden, sollte nicht mehr an Aer Lingus vergeben wird. So ist das Zitat. Und damit finde ich, ja, daran sieht man halt, wie die Fluggesellschaften heutzutage mittlerweile sind, dass man halt das Personal in den Gruppen gegeneinander ausspielt. Und das ist, ja, schwierig und schade. Wir gehen weiter auf ein Thema, was ich auch persönlich sehr mag. Das ist der Airbus A380. Und zwar der Airbus A380 von Global Airlines. Die Fluggesellschaft, die ja jetzt einen Ex-China Airlines Flieger hat, eigentlich sollte das ja der zweite Flieger sein, nicht der erste, ist mit Wheels Down aus der Mojave-Wüste nach Glasgow geflogen. Also Preswick, das ist bei Glasgow. Und der Flieger musste dann auch nochmal Zwischenland in Montreal, um zu refuelen. Weil nämlich, wenn man mit den Wheels Out fliegt, ist das Thema, dass man da natürlich dann langsamer fliegt, mehr Spritverbrauch hat und niedriger fliegt und damit wieder nochmal einen höheren Spritverbrauch hat. Warum haben die das gemacht? Und zwar deshalb, weil das Flugzeug, wenn es zertifiziert wird, um wieder in den Service zu gehen, muss es einmal diesen Schwenk machen, dass die Flieger, wenn das automatisch nicht geht, in Anführungsstrichen, das Fahrwerk, dass das auch droppt. Und das kannst du halt nicht überall machen. Und deshalb muss man halt die Flieger manchmal Wheels Down durch die Weltgeschichte fliegen. Und das ist hier der Fall gewesen, über den Atlantik etwas ungewöhnlich. Aber man wird wahrscheinlich jetzt weiter mit dem Flieger nach Tarp fliegen oder eine andere Location, wie bei Highfly. Highfly sind zum Beispiel ja in Portugal, in Beja. Und da werden dann vielleicht die finalen Tests gemacht, bevor der Flieger ankommt. Auch, es gibt ja diesen zweiten Flieger. Der ist ja auch in Teruel, glaube ich, geparkt. Das ist eine ehemalige Singapore Airlines Maschine, wenn ich das richtig habe. und so ist es dann mit denen jetzt lustigerweise, dass sie langsam, aber stetig da ihr Programm durchziehen. Also sie kommen und ich bin mal gespannt, was die so zu bieten haben. Wahrscheinlich die alten Sitze und alles, aber da meint es jemand wirklich ernst. Also da könnt ihr mal schauen. Gut, gut. Jetzt haben wir noch etwas Spektakuläres. Und zwar eine Landung ohne Bugfahrwerk. Das Vorwerk hat sich nicht ausfahren lassen. FedEx 767-300, Frachter mit der Registrierung N110FE, ist quasi mit der Nase nach unten gelandet. Und so sieht das Flugzeug aus nach der Landung, denn man konnte quasi das Fahrwerk da nicht rauslassen. Und jetzt wisst ihr warum. Das wichtig ist, dass das Fahrwerk dann rausschwenkt, falls ein Problem ist. Wir haben auch nochmal ein Bild von hinten. Da seht ihr das auch. Da sieht man auch, dass man das Ganze geschäumt hat, damit das Flugzeug am Ende nicht brennt. Das heißt also, man hat da einen Schaumteppich gemacht und der Pilot ist da relativ smooth wohl runter. Kann auch passieren, dass der Flieger weiter benutzt werden kann und repariert werden kann, wenn das Ganze so sachte und zärtlich gemacht wurde, wie es aussieht. Also, da war in Istanbul heute Action. War das übrigens heute um 8.17 Uhr local, also 5.17 Uhr solo. Und damit ist die heutige Sendung auch wieder beendet. Ich danke euch, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveller TV. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, damit ihr keine Folge verpasst. Heute habe ich nämlich auch noch den Meilenmittwoch. Heute ist Mittwoch. Mache ich auch die Sendung. Also, direkt im Anschluss wird ihr aufgenommen und dann geht das alles hier hot und online. Also, danke dafür. Ich bereite den Abspann für euch vor. Und Themen sind amerikanische Kreditkarten. Da sind wieder geile Aktionen. Also, bis dann. Ciao. Oh, hier. Also, bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020